Was unterrichten Sie? Kunst, Leistungskurs. Ergo, der Schal. Und Sie? Literatur, Leistungskurs. Ergo, das Ergo. Worte sind eure Götter. Was wir brauchen, ist Obdach, Luft und Nahrung und Sex. Worte sind Lügen. Das ist Krieg. Und dabei dient dir Kunst als Waffe. Und die Runde geht an Del Santo. Wenn Sie nicht laut und deutlich Nein sagen, werde ich jetzt zu Ihnen gehen und Sie küssen. Vielen Dank.